in space no one can hear you scream willkommen in der noch ein klötz inscheune mein name ist blogs und freunde ja im weltall hört ein niemand schreien modbrix hat wieder beim franchise von herrn scott gewildert und wir hatten das facebook hier in crowdfunding und heute bauen wir die mama modbrix hat mir nämlich das set alien queen zur verfügung gestellt und ich kann euch versprechen diesmal springt mir wohl beim karton öffnen nix entgegen ja freunde da haben wir den karton des alien queen set es von modbrix die 1826 9019 hier auf meinem bautisch 640 teilchen wirklich teilchen weil es wohl sehr viele kleine teile sind da sehen wir hier schon an den knochenrippen strukturen der königin wir sehen die face hacker und wir sehen eier sowie untergrund des raumschiffes oder der raumschiffe die wir kennen aus dem alien universum so schauen wir uns die rückseite an da sehen wir nämlich eigentlich die szenerie noch mal etwas ähnlich nur dass wir hier noch mal eine draufsicht auf den schädel haben und hier zwei verschiedene perspektiven ja freunde ich schneide den karton jetzt auf und dann schauen wir uns den inhalt an ja freunde da ist der inhalt des kartons für euch einmal hier aufbereitet neun tüten diverse plates und bricks zur qualität kann ich euch dann was sagen nachdem ich gebaut habe schauen wir uns die anleitung an diener vier klammer gebunden vorder wie rückseite identisch mit dem karton und der inhalt so eine anleitung sieht wie folgt aus was wir bauen ist rot umrandet feile weisen uns den weg und wir sehen in jedem bauschritt auch die teile die wir eben für diesen bauschritt benötigen am ende haben wir dann zehn seiten mit offiziell 60 bauschritten aber ich würde sagen wir haben hier 61 bauschritte denn wir müssen die queen ja hier noch auf dieser plate montieren und montieren ist das richtige stichwort denn es geht jetzt los ich montiere hier die klemmbausteine zusammen habe richtig viel spaß und ich hoffe ihr habt auch viel spaß beim speed bild und meinen fakten freunde speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich handeln die fakten heute über das unheimliche wesen aus einer fremden welt um genau zu sein um den zweiten teil der reihe kennt ihr denn die szene in aliens beziehungsweise alien zwei in der der android bishop ein messer fingerspiel spielt hier nahm der schauspieler lenz henriksen entgegen dem drehbuch nicht seine eigene hand sondern legte noch die hand vom private hudson gespielt von pill paxton dazu und spielte das gefährliche messer fingerspiel die angst im gesicht kommt also von daher dass der schauspieler bild paxton nichts wusste das nenne ich mal improvisation die hohe kunst der schauspielerei während der sequenz in der die mannschaft das frühstück einnimmt erfährt ripley dass es sich bei der figur des oben erwähnten bishop um einen androiden handelt als reaktion auf ripleys antipathie gegen ihn zitiert dieser das erste roboter gesäck von isaac asimov er könne keine menschen verletzten oder aufgrund einer unterlassenen hilfeleistung zu schaden kommen lassen auch zeigt sich bishop schockiert als er vom aggressiven verhalten des androiden es aus dem vorgänger teil erfährt und fügt als mögliche begründung hinzu dass es sich bei es um einen noch älteren androiden des typs halber dein systems modell 120 gehandelt hat was eine lustige anspielung auf cameron terminator ist wo es sich beim androiden um das modell 101 von cyber deines systems handelt das finde ich richtig cool es ist ein hammer welche rechercheure hier in der ehrlichen reihe schon mitgespielt haben das who is who der rechercheurs kunst alien von 1979 hat natürlich der großmeister willy scott gedreht während dem besagten teil aliens die rückkehr von 1986 halte james cameron drehte aliens 3 von 1992 dann unter der federführung von david fincher und ein umstrittener teil alien die wiedergeburt von 1997 drehte dann der kinokünstler jean-pierre jeanau während dann prometheus dunkle zeichen von 2012 und alien covenant von 2017 auch wieder beide von ridley scott stammen es gab zu aliens beziehungsweise alien 2 auch eine directors cut version und das war überhaupt einer der ersten filme der so etwas wie ein directors cut bekam 1991 wurde dieser directors cut auf laser disk und vrs wieder veröffentlicht der directors cut enthält 16 minuten zusätzliche szenen so erfährt der zuschauer dass ripley eine tochter hatte die jedoch inzwischen verstorben ist außerdem wird in einer knapp sechsminütigen sequenz das leben der siedler auf dem planeten der aliens gezeigt und es wird gezeigt wie die kolonisten das frack des aliens schiff finden und so die aliens in die station bringen kleiner spoiler da haben logischerweise die face habe auch etwas mit zu tun eine weitere szene der landung sequenz zeigt wie private harzen waffen und ausrüstung der marines verherrlicht zudem gibt es eine sequenz in der die marines ein angriff der aliens durch den einsatz von sentry guns also automatischen kanonen erfolgreich abwehren in einer kurzen szene erfahren die zuschauer auch zum ersten mal den vornamen von ripley der ellen lautet es ist faszinierend dass alien 2 von der macher hat ein ganz anderer film geworden ist als alien 1 alien 1 kann man ja getrost schon als science fiction horror thriller bezeichnen während alien 21 science fiction action film geworden ist dies liegt natürlich auch an james cameron der von anfang an gesagt hat er könne gar nicht so ein meisterwerk wieder drehen daher hat er es erst gar nicht versucht und diesen tollen action film abgeliefert diese version ist auch quasi seine abrechnung oder aufarbeitung des vietnam konflikts wir haben hier wir haben hier kolonien marines die mit überlegenen waffensystem über strotzen vor energie und siegessicherheit in den konflikt ziehen der auch gar nicht verloren werden kann während wir einen hoch motivierten aber eigentlich technisch unterlegenen gegner nämlich in form der aliens haben james cameron hat dies in einigen interviews bestätigt ja freunde die fakten zeit neigen sich nun dem ende ich möchte euch aber noch ans herz legen die von mir erwähnten fakten hier auf youtube zu überprüfen denn es gibt die szenen des director kattes einfach nach direkt das katt googeln denn auf youtube suchen ist ja auch googeln bzw nach bishops knife game ja freunde viel spaß euch jetzt beim review im weltall hört sich keiner schreien vorab freunde ich muss euch sagen ich bin zwar großer science fiction fan und ich bin auch großer fan der alien reihe aber trotzdem habe ich hier immer etwas respekt und ein gewissen horror wenn ich diese xenomorphs und die facehacker sehe ich weiß nicht ob es euch auch so geht also horror ist ja wirklich für mich das stichwort trotzdem ist es halt etwas cooles so ein set das auf einen kinofilm basiert in seinen händen zu haben design technisch finde ich gute arbeit aber kommen wir aber jetzt mal auch wirklich zum review des eigentlichen sex der 640 steine die steine sind okay sie sind nicht gut sie sind nicht schlecht sind okay die queen pack mir mal zur seite sie ist ja die hauptdarstellerin die schauen wir uns aber nachher einmal an jetzt schauen wir uns erstmal die kinder an nämlich hier die facehacker richtig schön gebaut ein bisschen zu groß für eine mini figur und ganz schön illegale bautechniken hier hinten der schwanz mit den roboter ärmchen ist aber sowas von illegal aber 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 es geht gut zu bauen es hält auch nur beim ersten mal muss die schlucken weil ich angst hatte also hier sie seht es hält so packen mal zur seite ein besser gar kein zweifel tag erchen und bei diesem facehacker fehlte mir ein teil hier hinten müssen wir noch ein weiterer roboter arm sein der ist nicht dabei deswegen habe ich ihn hier ins all gepackt das ist einzige viel teil ich habe aber auch noch ein fehlguss der ist nämlich hier packen man den apfel weg ihr seht nämlich das teilchen müsste mich eigentlich vier noppen lang sein und nicht drei man könnte jetzt sagen ja da hat die erde den queen drauf gespuckt und deswegen ist es weggeätzt aber ich will es ja nicht schön reden deswegen habe ich mir hier den apfel der dabei liegt genommen einen start aus meiner kiste und bums schon klemmt der apfel da denn der apfel und die banane hier sollen eigentlich auf dem set frei rumliegen quasi lebensmittel aus den kisten sein in der anleitung steht auch dass man diese kiste hier auch so einfach da so hinlegen soll eigentlich sogar so und mit einer zweimal vierer fließen obendrauf als deckel aber das habe ich jetzt anders gemacht weil so rumfliegende sachen mag ich nicht so gerne ich mag schon sachen wenn man sie richtig hinstellt oder hin klemmt und sie nicht lose bleiben das ist auch das problem hier bei den fehlstackern die würde man nämlich auch einfach so hinlegen da muss ich mir noch mal was einfallen lassen wie gesagt die fehlsteller sind eh zu groß wenn ihr mal vergleicht mit einer minifigur da ist das face dann doch zu klein zum hacken ja ich muss euch aber noch mal sagen bei dieser plate ist ganz cool die passt zu jedem science fiction thema wenn ihr die eier weglässt die kisten drauf lässt könnte da star wars oder was auch immer drauf stellen black von mtron die ganzen geschichten da passt das ganz gut ist auch schön design hat aber ein zwei schwächen und zwar haben wir hier zu wenig zum gegen kontern wir bauen zwar unten drunter eine plate damit wir die großen beiden plates zeigt sie euch mal hier da sieht man es ja zusammenbaut die steckt da unten darunter habt ihr auch gesehen aber trotzdem reicht das nicht gerade wenn man drauf drückt das geht dann schnell los habt ihr fällt auch im speed mit gesehen ich habe dann hier einfach die verkleidung versetzt und habe diese jumper plate so in die mitte gesetzt und schon hält es kann ich euch auch nur empfehlen ebenso kann ich euch nur empfehlen hier diese zwei mal 16er plates zu unterfüttern ich habe mir hier eine zwei mal 6er brick genommen und eine zwei mal 6er plate und hier ein einmal 6er und brick und eine einmal 6er plate und dann könnt ihr diese große plate hier auch besser anbauen weil ihr drückt sie sonst hier immer durch das gefällt mir nicht also ich habe mit stein unterfüttert es geht natürlich auch wenn er sie erst mit den slopes hier gebaut und dann hier hinten und vorne andrückt für mich war das aber die einfache lösung die bessere lösung die schnellere lösung hier das mit eigenen stein zu unterfüttern standig wird es habe ich gesagt mittel wir haben kaum unterschiedliche farbtöne die schwarzen steine sind ein bisserl ja haben so news look man sieht bis so kratzer dass die teile länger aneinander gehangen haben hier an den eiern haben die große schwachpunkte das gefällt mir nicht hier können überall noch einmal zwei rein das seht ihr hier haben wir schlitze wenn man es anfasst fällt es leicht auseinander ja also wir haben ein feguss wir haben ein teil das fehlt und die steine qualität ist so durchschnitt habe ich euch gerade gesagt packen wir jetzt mal die facehacker an die seite und schauen wir uns die queen an die queen ist ziemlich cool gelungen sie sieht wirklich so böse aus wie wir jetzt in den filmen kennen probleme nur so viel schwarz schwarzen schwarz da wird man fast schon schnee blind beziehungsweise asche blind da muss man echt aufpassen baut am besten nicht so wie ich auf so einen grauen dunklen untergrund nimmt was hell ist dann macht es mehr spaß problem hier an der queen ist jetzt gerade ist sie ist sehr fragil der schwanz hängt zum beispiel nur hinten auf einer noppe der schwanz ist aber wichtig da er sie abstützt da man sie halt richtig positionieren muss damit sie nicht umkippt und ein problem ist noch hier der hals der hängt an so einen ball joint und da ist der kopf einfach viel 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 zu schwer für man muss wirklich aufpassen wie man die queen drapiert damit sie ordentlich steht und wenn man es so sehr macht dann so wie ich jetzt hier dann fällt ein fuß ab design technisch finde ich die gut gelöst da haben wir aber immer wieder das alte dilemma design gut umsetzung auch eigentlich gut aber dann hapert vielleicht dann doch an den steinen also wenn man sie bisher so mit den armen rudern raus packt dann geht es schon meine empfehlung ist ja oft bei diesen dioramen stellt euch irgendwo hin wo es keine anfasst zum spielen ist das ding wirklich nicht geeignet denn dann zerbröselt euch ich zeige sie aber noch mal es ist schön gelöst man könnte wirklich mein der herr giga hat hier mit klemmbausteinen gespielt ganz gut auch der schwanz hier mit schwarzen hemden quatsch nicht hemden händen einer berühmten dänischen minifigur das gefällt mir wir haben überall schwerter spitzen ferngläser krallen und ganz cool natürlich hier der typische alien mund und der oben am fächer vom kopf haben wir sogar technik elemente und zähne ja wie gesagt sie ist sehr fragil und ihr müsst aufpassen wie ihr sie hinstellt also mit spielen ist nicht großartig trotzdem sieht sie cool aus dafür dass sie eigentlich nur aus briggs gebaut ist ohne große formteile ich versuche sie jetzt mal zu platzieren denn wir haben da auch immer ein problem dass der untergrund dieses raumschiff ist dieser raumschiff hangar eigentlich zu glatt ist da rutscht sie weg deswegen müsste sie hier auf diesen gitter platzieren dann geht das besser das mache ich jetzt mal und da seht ihr da fällt der fuß ab weil es nur auf einer noppe hängt ihr müsst aufpassen mit den beinen sie darf nicht zu sehr so da geht es schon los ins spreizen kommen gut klar sie ist eine queen sie muss eier legen trotzdem rutscht sie halt auf den fliesen weg jetzt müssen wir den bolt wieder rein knüpfen so und dann müssen wir schauen dass wir sie hier so einigermaßen drapieren dass sie nicht weg rutscht so ihr seht es ist zu glatt sie muss hier irgendwie ihre füße auf dieses geriffelte kriegen dann passt es auch so er soll sie nicht in eigenes spucken es ist wirklich eine kleine sisyphus arbeit mal geht es ganz einfach und mal ist es eine katastrophe so jetzt aber so jetzt steht sie zwar nicht formschön aber sie steht und ihr könnt sie dann wieder hinstellen so und dann packen wir hier unsere facebook dahin und den facebook noch dahin und den facebook packen wir hier in das ei der schlüpft auch gerade schlüpfen nicht umfallen mein lieber freund bitte so wartet illegale bauchtechnik sieht jetzt noch mal wie es gemacht habe so sagt also ich nenne sie einfach mal illegal weil ich finde sie wirklich sehr sehr krass habe ich es vorher so noch nicht gesehen und dann packen wir sie hier ins ei ja hängen darum wichtig noch wir haben fünf steinchen über das ist ja immer schön und über habe ich euch nicht ich freue mich euch jetzt nach acht minuten review gleich noch mal in meine augen schauen zu dürfen ja freunde da ist das video leider schon zu ende aber die familienzusammenführung hat geklappt wir haben ja den kleinen fest hatte ich hin und wir haben hier den großen face hacker und die mama ist bestimmt auch ganz stolz wenn ihr das video zu den face hacker hier zum crowdfunding projekt sehen wollt klickt einfach oben auf den i in der ecke da findet ihr das video und natürlich auch unten in der video beschreibung wenn ihr euch auch ein bisschen gruselt vor horrorfilme kommt doch zu mir auf den disco da können wir uns schön kuscheln und auch über andere themen außer über erden unterhalten auch den link und alle anderen social media kanäle findet ihr unten in der video beschreibung jetzt möchte ich aber noch eine sache von euch nämlich dass er mir in die kommentare schreibt welches euer liebster film aus diesem franchise ist und für mich ist es wirklich wie im wunder teil 2 denn wir haben natürlich diese coole szene hier wir haben den kampf mit dem lade roboter und wir haben die space marines oder colonia marines die finde ich richtig cool ich denke mal es geht vielen anderen kindern der 80er jahre genauso in diesem sinne freunde auf wieder bauen euer freund der block star